Heute gibt es drei Tipps für einen sehr guten ersten Eindruck bei euren neuen Lehrern. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und für diesen Traumabiturschnitt wollt ihr sehr gute Noten haben und man kann darüber lange diskutieren, aber zu einem gewissen Grad sind Noten leider auch gewissermaßen subjektiv. Und zwar subjektiv in der Wahrnehmung des Lehrers, denn wir alle kennen das, keine Ahnung, Markus ist eigentlich voll schlau in dem Fach, aber reißt ab und zu ein paar Witze, die dem Lehrer nicht taugen. Und Lisa ist eigentlich nicht so die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber ist irgendwie immer total lieb zum Lehrer und Lisa hat bessere Noten als Markus und keiner versteht es. Und das liegt halt einfach daran, weil dein Lehrer die Noten vergibt und nicht umgekehrt. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall auch Gedanken darüber machen, ob er es möchte oder nicht, wie man beim Lehrer ankommt. Denn du kannst dir auch keine Gedanken darüber machen, aber es wird der erste Eindruck von dir entstehen und wie man weiß, geht der relativ schwer wieder weg. Und nachdem er einfach vielleicht für die nächsten ein bis zwei Jahre oder zumindest dieses Halbjahr deine Noten zu einem guten Grad beeinflussen wird, macht es vielleicht Sinn, gerade am Anfang sich ein bisschen zu überlegen, wie man bei der Person gut ankommt. Und dafür gebe ich euch jetzt drei Tipps mit. Der allererste Tipp, der denke ich relativ klar sein sollte, aber der immer wieder missachtet wird, vor allem weil man vielleicht nach dem Sommerfering ausgeführt hat, boah, kein Bock ist auf Schule. Und zwar ist, achtet auf gute Kleidung. Man kann sagen, das ist oberflächlich, man kann sagen, darum soll es nicht gehen, alles schön und gut, aber wenn du durch die Stadt oder eine Straße langläufst, du eine neue Person siehst, du bewertest sie immer als allererstes Mal danach, wie sie aussieht. Warum? Nicht, weil du oberflächlich bist, nicht, weil du dumm bist, nicht, weil deiner Meinung nach Kleidung so wichtig ist, sondern einfach, weil du keine andere Wahl hast. Die Person hat ja noch nicht mit dir gesprochen und sich vielleicht noch nicht mal angeschaut. Und genauso geht es ja dem Lehrer auch. Der sieht dich vielleicht mal über den Gang gehen, der sieht dich vielleicht in der Klasse sitzen, was auch immer. Aber bevor du überhaupt mal den Mund aufgemacht hast, hat er dich ja vielleicht schon minutenlang vor sich. Und unser Gehirn braucht dir nicht glauben, dass es so lange wartet, bis es fair ist, sich einen Eindruck über die Person zu machen, wenn sie auch gesagt hat und man sehen kann, was sie für einen Charakter und für eine Persönlichkeit hat. Schwachsinn. Okay? Das kann danach noch ein bisschen was umformen, aber trotzdem ist einfach das Erste, was der Lehrer von euch sieht, ihr und natürlich, wie ihr aussieht. Und jetzt könnt ihr an der Fakten, wie ihr als Mensch aussieht, nicht so viel machen. Natürlich achtet auch vor allem die ersten Stunden darauf, dass ihr vielleicht gepflegt seid, dass ihr geduscht habt und solche Sachen. Aber gerade an der Kleidung könnt ihr einfach super viel machen. Das heißt, anstatt super demotiviert irgendwie im Pulli mit fetter Kapuze, habe ich auch gerne manchmal gemacht, aber ist halt nicht so sinnvoll. Und fetter Jogginghose in die Schule zu gehen, zieht euch aber schickes an. Ja, zieht euch vielleicht sogar gerne ein Hemd an. Da können vielleicht ein paar Klassenkameraden sagen, so, hey, yo, Digga, übertreib mal nicht. War bei mir auch so. Aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es nicht geholfen hat. Deswegen überlegt euch, wie könnt ihr euch schick anziehen, aber so, dass es nicht übertrieben ist und dass ihr euch vielleicht auch einfach wohl fühlt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, setzt euch in die Vorderen rein. Auch da wieder, da noch ist heute der Lehrer eigentlich nicht benoten, aber auch wenn ihr jetzt mal im letzten Schuljahr schaut, wer wie wo saß, dann sitzen tendenziell die guten Leute vorne und tendenziell die schlechten Leute hinten. Und ihr seid wahrscheinlich nicht die erste Klasse, die der Lehrer unterrichtet und deswegen kennt er es auch oder er kennt es auch seine eigene Schulzeit, wenn er frisch aus dem Referendarium kommt. Und deswegen wird er automatisch davon ausgehen, dass vorne die Besseren sitzen und hinten die Schlechteren. Das bedeutet, nur dadurch, dass du vorne sitzt, wird er dich automatisch in so einen Kreis der besseren Schüler sehen. Komplett verrückt, aber es ist leider so. Und es hilft natürlich vor allem auch dir selbst für das Schuljahr. Das ist sowieso ein allgemeiner Tipp, jetzt mal ein bisschen off-topic zu dem Video jetzt hier. Setzt euch in die erste oder in die zweite Reihe, weil es zirkt euch dazu, besser aufzupassen. Das heißt, anstatt immer zu versuchen, möglichst motiviert zu sein, sagen, euer aus der vierten Klasse, äh, vierten Reihe kann ich auch mitarbeiten, setzt euch gleich in die ersten zwei Reihen. Wenn ihr direkt vorm Lehrer sitzt, könnt ihr nicht anders, als eure Hausaufgaben zu machen. Ihr könnt nicht anders, als aufzupassen. Weißt dann sonst sein, was sehr schwer wird oder der Lehrer euch sofort auf und fragt, hey, warum hast du ein Handy da, warum hast du die Hausaufgaben nicht. Deswegen, das kann für konstante Motivation durch Schuljahr sorgen. Aber jetzt der dritte und abschließende Tipp und der ist wirklich, baut von Anfang an ein gutes Verhältnis mit dem Lehrer auf und meldet euch auch am Anfang relativ viel. Sollte auch gewissermaßen klar sein, aber ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, wie signifikant dieser Einfluss ist. Betrachten wir die zwei Punkte. Wenn du von Anfang an dich viel beteiligst, dann wird der Lehrer, gerade wenn du von Anfang an, das habe ich immer gemacht, das ist so wertvoll, wenn du von Anfang an, wenn du von Anfang an die Person bist, die sich gerade in den ersten zwei, drei, vier Stunden am allermeisten melden und auch noch richtige Punkte sagt. Ja, und am Anfang geht es sowieso um ein neues Thema, da hat sowieso keiner einen Business-Vorsprung. Wenn du das machst, der Lehrer kategorisiert sich so wie automatisch, und jetzt stell dir vor, wenn es in jedem Fach passiert, als den Klassenbesten. Nicht, weil du wirklich nicht zwangsläufig der Klassenbeste bist, aber weil du dich am meisten meldest. Es kann sein, dass sieben Leute in der Klasse besser den Stoff verstehen, aber wenn die gerade den Start so ein bisschen verschlafen, ja, und du, oder du einfach extrem überengagiert bist, dann hilft es extrem stark, und der Lehrer kennt ja auch noch gar nicht das Niveau in der Klasse, ja, das heißt, auch wenn du denkst, uh, aber, uh, aber der, der Eduard zum Beispiel, ja, Eduard, wenn du das anschaust, grüße an dich, Eduard war jemand bei mir in Physik, der einfach neunmal so gut war, wie die ganze Klasse zusammen. Ähm, wenn du denkst, boah, aber der Eduard, der weiß ja viel mehr als ich, ja, und du meldest dich deswegen nicht, weil du Angst hast, dass Eduard sich auch meldet, und dann irgendwie, ähm, super krass, äh, irgendwas abzieht, der Lehrer weiß das nicht, okay, wenn Eduard sich nicht meldet, oder nur ein paar Mal meldet, merkt man vielleicht schon, dass Eduard auch gut ist, aber wenn du dich achtmal meldest, und auch gute Sachen sagt, wird der Lehrer trotzdem das Gefühl hat, dass du irgendwie besser bist, die anderen ausschalst oder so, es geht einfach nur darum, dass du dich sehr smart von Anfang an positionierst. Und genau das Gleiche gilt auch mit meinem Lehrerfeld, dass wenn du zum Beispiel merkst, okay, der Lehrer ist jemand, der mit Autorität zu kämpfen hat, ja, ähm, vielleicht eine neue Lehrerin, äh, vielleicht auch relativ jung, hat auch nicht so diese, diese Autorität auch, wenn du ihr dabei hilfst, diese Autorität innerhalb der Klasse zu gewinnen, anstatt bei denen dabei sozusagen sagen, uh, die ist aber unsicher, lass die mal irgendwie ein bisschen verarschen, ähm, dann wird sie dir das extrem, hoch anrechnen. Das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, ähm, es ist die erste Stunde und die Lehrerin versucht sich fortzustellen, ein paar Sachen zu erklären und die Klasse ist einfach super unruhig, hört nicht richtig zu. Wenn du dann derjenige bist, so, hey, jetzt sei es mal leise, das ist echt respektlos, dann ist es natürlich erstmal, du musst natürlich auch der Typ dafür sein, ja, aber wenn die Klasse auch grundsätzlich auf dich hört, dann ist es ein Riesenvorteil, ja, weil, die, alle anderen sind da vielleicht ein bisschen so, hey, komm, sei kein Spaßverlehrer, aber ja, aber die Lehrerin denkt sich, wow, okay, der Schüler stellt sich nicht einfach auf die Seite von seinen Mitschülern, sondern der Schüler hat mir gleich ganz am Anfang geholfen, einen richtig guten Fuß, ähm, auch in dem Klassenzimmer zu fassen und auch wenn wir oft das Gefühl haben, die Lehrer sind uns so weit voraus, ganz ehrlich, und ich habe ja auch mit vielen Lehrern, ähm, nach meiner Schulzeit gesprochen, für viele Lehrer ist einfach eine große, große Challenge, die haben auch einfach Angst davor, ähm, so eine Schulklasse nicht unter Kontrolle zu haben, ich habe ja auch schon Workshops und Vorträge an Schulen gehalten, teilweise auch nur innerhalb des Kassenzimmers vor 25 Leuten, ja, und mit denen teilweise auch den ganzen Vormittag gearbeitet, das, die, das absolute Horror-Szenario, was für dich als Referendar, in meinem Fall jetzt, oder auch als Lehrer dann, ähm, in deinem Kopf ist, dass du dieses Klassenzimmer betrittst und innerhalb der ersten halben Stunde keine richtige Verbindung mit denen aufbauen kannst und dann einfach die Zusammenarbeit super schwer ist. Und wenn du derjenige bist, der dem Lehrer dabei hilft, boom, wird er dir das ganze Schuljahr nicht vergessen. Deswegen beachte diese drei Tipps und dann wird das sehr, sehr viel ausmachen für euren ersten Eindruck und in dem Sinne denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo. What the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.